Ich heiße Sie willkommen zum internationalen RIMPAC Flottenmanöver. Unbekanntes Objekt gesichtet. 8000 Meter. Ist das so eine Art Übung? Wahrscheinlich. Ich möchte, dass dieses Ding gründlich untersucht wird. Wir schicken sofort ein Team raus. Bring mich da rauf. Ich halte das für keine gute Idee. Schon klar, Chief. Verschwinde da, Alex. Gar nicht gut. Verdammt, was ist das? Mein Dad sagt, Sie kommen. Er sagt, wir sind nicht allein. Und dass wir Sie eines Tages finden. Aus dem Weg! Oder Sie uns. Wo ist der Käpt'n? Der Käpt'n ist tot, Sir. Wer ist der ranghöchste Offizier? Das sind Sie. Sie haben ein Schutzschild errichtet. Radar ausgeteilt. Wir kommen da nicht durch. Drei unserer Zerstörer werden noch vermisst. Wäre möglich, dass wir doch noch jemanden da drin haben. Wie lauten Ihre Befehle? Wir greifen an. Aus, aus, aus! Was habt ihr mit uns vor? Weiterfeuern! Radar, Radar! Geht uns in der Schuld! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020